Ich bin hier in Schleswig. Gruppe, oder? Gruppe, oder? Gruppe, oder? Ja, das muss mal passieren. Willkommen, Herr Ring, Pratisatlo-Selvich. Deine Ehre, von Herrn aus Schweden. Er hat bei der letzten Warnschaltung hier im Kloppenboden letzten November in der Lehrstraße Hauke vorhin habe ich gedacht, ich rufe in die Rote Heer auswählen, Tisa Kelly. Er hat bei der letzten Warnschaltung überlegen wir, wie vorhin in dem Zeitpunkt werfen, in dem Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt überlegen wir correligungsvolle wendet und die sie Der Grunde aus Mülow ist der Weg, der guter Kevin. 4 Runden nach Rügen, Halbschwerdgewicht, das ist die Queksas, das ist 79,3 kg. In der Baunen-Ecke ein Fahrrad an. Bei Rames als Präsentenwirtschaft schon auf die Box. Unsere Fahrradstattung geht meistens viele Runden. Schaut immer an. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Mal ein paar Runden mehr zu sehen sind, als bei den letzten Runden hätten. Und in der Baunen-Ecke aus Güteburg, Dijam und Kevin. Die Boxen sind bereit. Ringfrei zur ersten Runde. Die Boxen sind bereit. Ringfrei zur ersten Runde. … … Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Junge der Kascha Schau! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020